Wenn du großartige Ziele hast, dann erzählen niemanden davon. Warum? Weil du deinen Fokus auf diese Ziele gerichtet halten solltest. Wenn wir uns etwas wünschen, ein Ziel vor Augen haben, dann kommen gleichzeitig all diese Hindernisse in unseren Sinn, was alles dafür sorgen könnte, dass wir dieses Ziel nicht erreichen. Also es ist schwer genug, unseren Fokus auf das Ziel zu richten, statt auf die Hindernisse, die uns daran hindern könnten, dieses Ziel zu erreichen. Wenn wir es jetzt jemandem erzählen, ist die Wahrscheinlichkeit riesengroß, dass die andere Person ebenfalls sofort auf die Hindernisse schaut und dir sagt, es geht deswegen nicht und deswegen geht es nicht und darauf musst du achten. Deswegen, wenn du großartige Ziele hast und deinen Fokus wirklich ausgerichtet halten möchtest auf diese Ziele, damit du sie schnell erreichst, erzähle niemanden davon. Behalte es für dich. Dann, wenn du die Ziele erreicht hast, ist es noch viel schöner, darüber zu reden. Mehr Tipps für dein Glück und wie du all deine Ziele erreichen kannst, findest du in Pia und das Glück.